Ich nehme mal an, das war die leichteste Challenge. Ab jetzt wird es schwieriger. Ja, ich liebe die Herausforderung. So, der Blade Runner Part Deluxe. Oh Gott! Was wollen wir wetten? Wenn ich sterbe, muss ich alles nochmal machen. Den vorderen Challenge Teil auch nochmal. Ich finde den richtigen Zeitpunkt nicht. Das war der richtige Zeitpunkt. Wir sind noch lange nicht durch. Wie soll das gehen? Da kommen die Stacheln raus. Was kommt da raus? Wow, wow, wow. Da muss ich drauf hüpfen. Ich will sehen, was ist passiert. Bin ich schon drauf? Jetzt wird es schwierig. Okay. Jetzt ist die Tür auf. Puh, das war... Nerven zerfetzen. Nein, nein! Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Bitte sag es. Bitte. Wo? Oh. Das ist jetzt die Frage. Hat es jetzt die vorherige Challenge entfernt, oder? Oder? Oder muss ich die auch nochmal machen? Ich gebe jetzt ein bisschen mehr Gas. So. Ein bisschen schlauer agieren hier. Wisst ihr? Okay. Das ist jetzt rasant gegangen. Komisch. Wie hätte man das wissen sollen, bitte? Ich meine, ja, es ist ein leicht... hat eine leicht andere Farbe, aber... Das war's schon. Was ist da? Der Teppich... gibt da auch nach, oder was? Glaube ich nicht. Was ist alles wahr? Ich wusste einen anderen Schalter auch, aber... Das ist gegangen. Kann ich da drüber hüpfen? Okay. War jetzt so schlecht. Das war nötig, ja. Gut, das war die zweite... Nein, nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Da geht's rein. Ah, endlich kriege ich auch mal ne MG. Es warten sicher wieder Unmengen an Feinden, oder nicht? Die waren da drin. Ah... So, die Stunde der Wahrheit. Nein, ich glaube... Ich glaube, das ist zu. Doch. Okay. Es hat gespeichert... gehabt. Nächste Challenge. Die war... eigentlich leichter, wie die vorhergehende. Es gibt Hoffnung. Bouncy Castle. Das war schon. Ei, ei, ei. Okay, von hier. Ach, da geht nicht. Wie soll das gehen? Ich kann da nicht... Ich kann da nicht rüberspringen. Das ist... Idiotisch. Einfach nur idiotisch. Es macht weder Spaß noch sonst irgendwas. Schau... Man hat überhaupt keinen Überblick. Wem das eingefallen ist... Der sollte sein... Gehirn überprüfen lassen. Anomalien. Schau... Man springt immer... Okay, Freunde. Ich melde mich wieder, wenn ich irgendwas weitergebracht habe. Weil das kann sich ziehen. So circa. Bis gleich. Okay, ich hab's gesehen. Ich hab's geschafft. In den nächsten Raum. Der hat's auch geschafft, aber weiter wahrscheinlich nicht. So, wenn ich jetzt da reinfalle, dann ist alles umsonst gewesen. Nein. Bitte schau dir das an. Bitte schau's dir an. Das ist nicht dein Ernst. Man muss da alles... Und man kann sich keinen Fehler erlauben. Weil jeder Fehler... Und man landet in dem bodenlosen Loch. Ist klar, ne? Woher jetzt hin? Dahin oder dahin? Nehmen wir mal an. Dahin. Jetzt da hin. Das ist hoch. Das heißt, wir müssen... Dahin. Ja, das war daneben. Passt, hätte ich's geschafft. Ups. Das hätten sie natürlich keinen Millimeter niedriger machen können, damit man sofort draufkommt. Ne, das wär er. Man darf überhaupt nicht lenken, während man da oben steht. Erst nachher. Da. Da. Ich war eine Zehntel Milliardstel Sekunde zu lang auf dem scheiß Keyboard Knopf. Aber korrigieren muss man ja trotzdem, ne? Aber korrigieren muss man ja trotzdem, ne? Aber korrigieren muss man ja trotzdem, ne? Ich steck hier irgendwo fest. Ich steck hier irgendwo fest. Und jetzt da rüber. Nein! Nein! Okay, wow. Das war Glück. Darf ich da rauf jetzt? Da wartet schon der nächste Scheiß auf mich. Äh, schnell! Ist da irgendwas? Ne. Wie ich das geschafft habe, frag mich nicht. Uff. Mordsmäßiger Scheiß. Da ist noch einer. Der hat eine Rolle seitwärts Wahn. Da war ich auch schon. Da war ich noch gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Framerate. Nee. Da war ich aber schon. Hat es etwa doch nicht gespeichert. Oh, fuckity fuckity fuck. Können wir gleich sehen. Was ist aufgegangen? Great Halls of Fire. Ja, das klingt... Klingt neu. Was das lieber ruhiger angeht. Was das lieber ruhiger angeht. Das war nur die... Das Vorspiel. Mal schauen, was da passiert. Ja. Okay. Mal. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal. Und präsentiere euch dann das Endergebnis. Okay, wenn ich wieder an der Stelle bin. Da die Flammen. Ist ja noch leicht. Das geht ja noch. Da durch. Da springen wir drauf. Dann laufen wir durch. Dann heißt es schnell sein. Jawohl. Das hätten wir auch geschafft. Au. Die Gesundheit habe ich nicht mehr zur Verfügung. Und da ist... Oh, das sieht nicht gut aus. Hier wartet irgendeine Gemeinheit auf mich, oder? Bitte. Vielleicht hier drücken. Ich traue mich das nicht aufnehmen. Das ist jetzt sicher irgendwas gemeines. Oh, fuck. Da war ein Hebel. Da war ein Hebel. Da war auch ein Hebel. Ach so. Ach so, verstehe. Ich muss... Ich muss, dass die alle da in die Richtung zeigen. Okay. los. Wieso? Wieso? Ah, also... Das ergibt Sinn, oder? Was ist das? Und jetzt? Das kapiere ich jetzt nicht ganz. Ah, doch. Das geht da rein. Okay. Das geht da rein und dann da rauf. Schauen wir mal, wo das hingeht. Wo? Da? Okay, jetzt ist es gefangen, oder was? Jetzt kann ich es umdrehen. Das muss, glaube ich, wahrscheinlich auch noch schnell sein. Kann das auch sein. Das ist gut. Ah, das noch. Freie dich. Ah. Jetzt? Großen Master-Switch. Jawohl. Ich habe ihn. Wow, war das schwer und nervig. Vor allem nervig. Dann schwer. Jetzt muss ich aber noch lebend raus, oder wie? Ne. Da ist hoffentlich die Tür aufgegangen. Ja, Gott sei Dank. Da warten sie schon. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Nein, mach auf wieder. Fuck, es hat mich eingeschlossen, weil ich nicht raus bin. Jetzt bin ich für immer gefangen da drin, dem Scheißdreck. Nein, sag bloß. Bitte, sag das nicht. Nur weil ich nicht rausgegangen bin. Muss ich das noch mal restarten? Ja, ich bin gefangen hier drin. So, ein verdammter Scheißdreck. Ein verdammter. Okay, ich melde mich wieder, wenn ich draußen bin. Bis dann. Okay, Freunde, ich bin zurück und habe es rausgeschafft. Man hat es auf Anhieb geklappt. Beim zweiten Mal ist es gar nicht so schwer. Man weiß, was zu tun ist, aber trotzdem. Es nervt ungemein. Ich habe jetzt den letzten Key. Keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Ich koche mir noch mal eine Suppe hier. Ich glaube... Hier war ich schon. Hier. Oh. Drunkmissile. Dies ist scheiße. Oh Gott. Drunkmissile ist voll scheiße. Nein. Nein. Siehst du meine Womme? Ich habe mich selber... gesprengt. Gut. Was wartet hier auf mich? Welche Gemeinheiten? Ich glaube, ich hätte nicht fragen sollen. Wie kann die Grafik so schlecht sein und trotzdem so ruckeln? Wieso hat er eigentlich die Waffe fallen lassen? Ja, schön wär's, aber es taugt nicht viel. Sie sehen imposant aus, die Waffen, aber nicht wirklich effektiv. Und, was soll ich jetzt machen? Oh Gott, wieder so ein Rätselraten. Rund, aber wahrscheinlich. Oh Gott, was passiert da? Die Decke ist oben geblieben. Jetzt. Ich höre Wasser, aber man sieht nichts. Ah, da. Das ist aufgegangen. Ja, das war das Levelende, dass ich das noch erleben darf. Wahnsinn. Das war erst Episode 2, Level 2. Wahnsinn, was soll da noch kommen? Meine Nerven. Weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Wenn ich dann noch lebe.